Toxikologie. Toxikologie ist die Lehre von den Giftstoffen. Toxikologie ist auch die Lehre von den Vergiftungen und die Behandlung von Vergiftungen. Toxikologie ist eigentlich ein interdisziplinäres Fachgebiet. Meistens ist Toxikologie der Pharmakologie angegliedert. Toxikologie ist aber auch ein Gebiet der Biochemie und auch der Chemie. In der Toxikologie wird beschrieben, wie verschiedene Mittel wirken und wie man diese Mittel, wie man letztlich verhindern kann, dass der Körper sich vergiftet oder vergiftet wird. Das Wort Toxikologie kommt vom griechischen Toxikon und das wiederum stammt vom Toxon und das ist der Bogen. In früheren Zeiten war nämlich ein Toxikon letztlich das Pfeilgift. Damit ein Pfeil schneller zum Tod führt, hat man den Pfeil mit einem bakteriell verseuchten Leichengift oder mit anderen toxischen Pflanzenstoffen präpariert. Und so war die Toxikologie zunächst einmal die Lehre davon, wie man Menschen mit Gift besser umbringen kann. Die Frage nach der Giftigkeit eines Stoffes ist oft auch eine Frage der Menge. Der Paracelsus hat mal gesagt, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, ob ein Ding ein Gift ist. Aber es gibt bestimmte Stoffe, die in sehr niedriger Dosis schon zum Tod führen und es gibt bestimmte Stoffe, die man in sehr viel höherer Menge zum Tod führen lassen kann. Toxikologie ist auch eine Wissenschaft, die zum Beispiel die Umwelt untersucht und sich bewusst macht, dass auch in Möbeln, in Kleidung, in Farbstoffen Giftstoffe enthalten sein können. Manche der Stoffe wirken erst über Jahre und Jahrzehnte ansammeln im Gewebe toxisch. Und so gibt es zum Beispiel auch in der Alternativmedizin, in der Komplementärmedizin, eine Disziplin der Toxikologie, die sagt, dass sehr viele Erkrankungen durch Vergiftung durch Schwermetalle hervorgerufen wird. Schwermetalle oder andere Stoffe. Und so gilt es, diese Stoffe zu untersuchen, wenn jemand zum Beispiel Erkrankungen hat, die nicht so schnell weggeht oder die immer wieder kommen. Eventuell gibt es irgendeine Vergiftung, die im Körper ist, die man genauer analysieren muss. Wenn man diese erkannt hat, dann muss man schauen, wie kann man diese Gifte ausleiten. Und so gibt es also verschiedene Toxikologie-Abteilungen. Wichtig ist zum Beispiel auch die forensische Toxikologie, die zum Beispiel dazu führen, da zum Beispiel kriminelle Handlungen aufdecken will. Es gibt ja auch Menschen, die getötet werden durch Gift. Und die forensische Toxikologie beschäftigt sich damit. Es gibt auch zum Beispiel bei Pilzen dann gibt es immer wieder Gifte und so gibt es eben auch Toxikologie, die sich beschäftigt mit den giftigen Pflanzen und Pilzen. Dann gibt es auch die sogenannte Ökotoxikologie, die beschäftigt sich eben mit den Umweltgiften, die man immer wieder zu sich nimmt. Es gibt auch die Immuntoxikologie. Die Immuntoxikologie ist ein Fachgebiet der Toxologie. Diese beschäftigt sich mit den Folgen von niedermolekularen chemischen Substanzen auf das Immunsystem. Das heißt, es gibt bestimmte Substanzen, die wirken entweder immunsuppressiv oder auch immuntoxisch. und allergieauswirkend. Also manche Stoffe wirken eben auf das Immunsystem. Und es gibt auch Stoffe, die wirken auf das Nervensystem. Und es gibt Stoffe, die wirken auf die verschiedenen ja letztlich chemischen Reaktionen im Körper. So ist Toxikologie ein umfassendes Gebiet. Und am besten ist, du nimmst nur die Nahrungsmittel zu dir, die nicht toxisch sind und du achtest darauf, dass du Nahrungsmittel hast aus einer Quelle, wo du relativ sicher sein kannst, dass dort keine toxischen Substanzen mitverwendet werden.